hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft retubies und wieder dabei sind martin und mika und ja wir bauen noch weiter und noch drei andere leute wie drei andere leute nicht weil es geht gar nicht drei weitere leute ihr müsst ja nur einer reinkommen und dann war's ja ich habe nur vier slots gemietet weil wir sind meistens hier nicht mehr ich werde das Oletta schon mal mitnehmen so potato also so so mein haus ist Martin, hast du noch Sand? Oh mein weh Oh mein weh Folgen müssen wir jetzt aufnehmen Ich habe gesagt, oh mein weh Das meinte ich oben in dem Haus Und dann habe ich noch ein bisschen Sand drinnen Das habe ich damit niemand Das hier ist jetzt die vierte Folge Oder ne, das ist nur die Das hier ist die dritte Folge Also noch zwei Also noch drei Weil das da ist so eine zweite Sekundenaufnahme Also nach der Folge noch drei Dann sind wir damit durch Okay Und dann geht es sozusagen an Und dann werde ich schon Tieren von allen folgen Was haben wir hier? Und zwischen jemandem zeigen wie es an sich mit denen im Programm geht Hier, Martin, Essen für Tisch hier Hm Hm Hattet den da unten im Wasser Hockt den im Wasser, vielleicht will er das Wer hat das haye Weinen Skle secle wasser, muss ich da hin Das haben wir sogar Nee Nee, ist los Komm her Ich hab das jetzt noch Ich hab das jetzt nicht schwimmen steht irgendetwas i s 2 2 hier steht was drauf was steht hier drinnen was er aus Glätter geschossen hat i 2 ich weiß noch was ist das verpackt oder oder ist das irgendwie reichnet dann wirst du auch nicht was du gemeinst nein das ist irgendwie der hat einen Pfeil geschossen und auf einmal steht da drinnen ja ich meine wenn du das wirst oder das meins wirst du da steht das hat ja was du meinst drinnen ne da steht da drinnen da steht irgendwas komisches da in den das ist irgendwie ein Pfeil äh den schlafenpfeil aber das war eigentlich ein äh soo ich hab mal hier die Kohle rein das ist vielleicht Buckel ne ja dann ist denn erst noch Tag ist der erst noch Tag das sind noch nicht mal mit der Mittagsstatt sind bei der ich glaub das sind wir wieder besser mit den Nicht mal ein Servilect hier Der Fälle sind schon eher erträglich Wie ist es? Wie ist es? So, reicht es, wie es ist? Wie ist es? Ich bin gespannt, wenn wir hier in die Nähte gehen Wo wir noch nicht rauskommen Warum kommt es vernünftig raus? Ja und nicht dass wir in die unter den unter den nähter rauskommen weil in den nähter sozusagen von der hinten und wo ich meine peter nicht da war das eigentlich so dass ich unter unter den lavasee raus kam okay das wird ein miespilch unter den labasee so sind wie braucht man würde treppen in labasee hoch eigentlich eher gar nicht einmal mal basalt basalt schiesel Schüsselt. So... Hm... So... Pff... Hm... 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 Ja... Ich wollte auch nicht so viel wie die da schon rumliegen, aber... ...von das am Winter... Was ist los damit? So... Hallo... ...und die alle nicht mehr mit... ...nein... ...is da unten Matthias... ...kiste... Hallo... Hm... Der ist noch hinten... Aha... ...dass... 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 ...dass du irgendwie noch was hier... ...mit... ...die Eisentisten sind doch... ...aus der anderen Abteil der Welt hier... ...und... ...hören... ...de... ...nach... Da suchst du wieder über Holzfestival da drumherum, was da da ist? Ja. Da sieht's schwer aus. Hm. Das schmeckt so. Also, für mich so. Das hat dir eine Schmerzsache. Ja, das ist eigentlich sehr gut in der Schmerz. So, schließe mal die Technik von dem Haus da ist. So, aber wo braucht das? Da hätten wir schon mal. Drei, vier, hier. Das wird wir machen so einmal. Also, vier, das wäre dann was nicht dorthin. Ich leide den Last of Us ab hier. Vielleicht ist der Schut. Das Schatz deal endet. Oh, meine Ärztkiste ist voll. Wenn ich die Kiste nicht verräustern will, dann direkt neben die anderen Kisten stehen. Hm, müssen nicht mal eine eisende Kiste maßteln dafür. Waren denn noch mal die Updates oder... Ich glaube, ich weiß noch. Wenn ich Holz in meiner Mutter hätte. Ah, verdammt, das reicht immer. So. Eisen... Holzküste zu Eisenküste. Oh, das ist ja 17. Nur Schmerz. Einmal. Können die auch Kiste... Jetzt ist alles besser. Gut. Na ja, danke. Können die Kiste gleich zur Dold ab. So. Einmal. Zur Eisen. Und zur Dold. So. Hab jetzt eine Doldkiste mit mir stehen. Okay. Hat ein größeres Fass und Volumen als eine Holzküste oder eine Eisenküste. Die Diamanten ist nochmal größer. Oh, ich will jetzt keine Diamanten dafür verschwinden. Wären ja zwei Diamanten. Wenn das so wie die anderen wäre, dann an sich, weil man träfft... Man braucht eine Kiste und dann drumherum halt sozusagen Eisen. Oder halt sozusagen die Eisenkiste nochmal reinnehmen und dann drumherum. Drum dold. Oder halt so ein Upgrade. Oder halt so ein Upgrade. Was man auch mit einmal... Holz oder Eisen. Und dann... Dementsprechend... Die ist noch Material drumherum. So. Die ganze Straße haben wir bitte weg. Hallo. Waterfloor. So. Mal das hier weg bitte. Nein, das ist nichts. Mal das mal. Mal das mal. L hier mal. Der Vorderfloor ist dafür so blöd. Nee. Dann dein. Nein. Ich ruft immer das schnellste Witz zum Wasser hin. Nimm doch. Halt da. Weil den ist literisch oder was? Nimm. Na hier geht's. Da geht's. Bisschen besser. So. Ernten wir mal durchs. Alles weg. Machen hier nochmal einmal hin. So. Ich überflüte die Dehnt. Ich stehe alles unter Wasser. So. So. Einmal. Was sagen wir hier rein. Aha. Aha. Ah. Und. Ah. Und. Der Gast ist so wieder da. Ja. Ja. Hat aber noch WoWfamilie da schon aktiv oder wie? Ja. Hat sich vielleicht gefragt was ich spiele? Und. Warte. Wie viele Leute hocken hier auf dem Server. Und normal. Ganz viele. Ja. Halt fast meine Zimmernanzahl, oder? Ist schon verwunderlich. Weil sonst bin ich hier eigentlich meistens alleine auf dem Server. Ah ok, hat er nur das aus dem Test geschweben dir Der Mann er dem hier betrifft Ja, diesmal bin ich nicht so nah an dem TV, auf jeden Fall so zuhören hier. Weil wir ja auch praktisch, da sollten wir da mal die Fälle ernten, wenn die Hunde hatten so zuhören. Ja, jetzt nicht mehr. Das Leben auf Tod. Ich töte Mika, dann habe ich das zu essen. Ja, der droppt kein Fleisch. Ja, dann kann ich seinen kleinen Mini... ... kleinen Mini-Garten beherrschen. Ey! Vielleicht ein Haus. Oh ne, das ist noch doof. Das ist noch blöderer. Willst du Krieg haben? Ey, mit dir. Hey, Wasser. Hallo, Wasser. Auf jeden Fall Krieg nicht. Hey, Peter, stehe ich bei dir am Fenster? Bei welchen? Ja. Ja. So, blöb. Ja. Ja. Dreimal... Ja, der Server hat mich gerade noch eben als Truffteil erhalten. Dann einmal joinet und dann nochmal das zweite Mal joinet. Das war ein kleiner Bug. Das hat mich nebenher gedacht, dass ich auf dem Zerr bin. Das sehen wir uns einmal mehr. So, ich räume die Blumen und alles weg. Ja. Ja. Ja, hier, warte. Ich geb die Erde. Nee, nein, Spaß. Ich brauch keine Erde. Hier. Nein, ich brauch keine Erde. Was soll ich mit Erde? Nein, Spaß. So, warte mal. Wie viel Erde willst du mir bringen, bitte? Ja, du hast dein Haus den Boden gemacht. Hier. Oh, scheiße. Nein. Ich brauch keine Erde. Nein. Ich brauch nicht mehr Erde. Nein. Was, du brauchst noch mehr Erde? Nein. Ich... Alter. Wo sind denn deine Felder, Mika? Oh, ich hab mal kurz. Das ist... nicht hier. Mein Haus. Also, ein Mann. Hier. Da sind deine Felder. Da tut Martin nur drüber lachen. Ich geh mal zum einen. Der Peter sieht das ja fast aus seinem Fenster, glaub ich. Erde brauche ich nicht. Keine Chance. Zerschmeiß das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Jesus hat den. Der Peter. Na, ich glaub, ich hoffe, dass wir uns noch in der Aufnahme Session diese M.I Stile verfahren können da hinten. ich habe alles draußen ich habe noch nicht alles draußen bei mir fehlt noch ein teil und du hattest auch mehr als ich ich habe ja auch alles was auch die das hier für flachs machen das mal hier verweizen hier so ich sehe gerade meine fälle aus hier so ein bisschen mehr hier vielleicht mal nehmen wir so zwei ein korn immerhin vielleicht pflanzen einmal melonen lecker melone doch hier sind welche so war nichts von uns platziert sie standen einfach hier der war insport anscheinend in zwölf und ja auch vor insport da hinten ist was von denen wie so wie so zählen die millionen angepflanzt würden steht in der nächsten folge hier sind höher wird 21 30 noten yes oh ja na ja na dann bye bye ja jojo tschüss